Ich bin Katrin. Ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite beim Hochschulsport. Ich bin Laurens, arbeite hier beim Hochschulsport der Universität Bonn. Wir hier an der Uni Bonn bieten relativ viele Sportarten an. Das geht über Ballsportarten wie Fußball, Basketball, Tennis, Beachvolleyball, ist auch sehr beliebt, aber auch Kampfsportarten. Wir haben uns damals gedacht, dass der Hochschulsport nicht nur für Leute ohne Beeinträchtigungen zugänglich sein soll, sondern eben für alle Menschen. Und deswegen haben wir angefangen ein Sportprogramm für Menschen mit Beeinträchtigungen zu machen, inklusiver Pilateskurs, unser erster inklusiver Sportkurs. Und einfach, dass Leute die Möglichkeiten hatten, da Sport zu haben und auf ihre Beeinträchtigungen Rücksicht genommen wurde und sie sich deswegen vollkommen da wohl gefühlt haben. Zusammen mit der Katrin Böttcher mache ich noch die Abteilung Prävention, Sexualisierte Gewalt im Sport. Wir haben uns gedacht, aus gegebenen Gründen, es ist an der Zeit, dass wir auch was dafür tun. Die Studierenden sollen sich wohlfühlen, dass sie dann umso mehr sehen, dass wir auch wirklich da sind und da zur Seite stehen, helfen wollen. Also, dass sie damit nicht alleine sind und eventuell gar nicht mehr zum Kurs kommen und gar nicht mehr zum Sport gehen hier bei uns. Man lernt unglaublich offene Menschen kennen in der Kommunikation sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität Bonn. Man kriegt also immer sehr schnell und ein gutes Feedback, auch konstruktives Feedback, mit dem man arbeiten kann und das macht besonders Spaß dabei.